Hallo. Hi. Wahnsinn. Für ne kleine Runde Hunger Games. Es ist Kader Haber nach Süden. Jetzt zeigen wir euch den besten Trick der Welt. Kribbel, erstmal Mitte. Gehen jetzt ihr alle Mitte? Ich geh doch schon vor. Wir brauchen ja noch Food und so. Mein Gott, du holst dir mal den ganzen Scheiß und dann... Und hast du schon was Gutes? Nein. Am Holzschwert. Äh, warte mal. Wohin will ich jetzt actually nach Süden? Also wenn ihr irgendwo mal die Map-Kaga-Haber seht, geht mal in diesen Turm rennen. Hi Kribbel! Du bist hier schon so hoch. Ich hab geenderpearls. Jetzt hab ich keine Enderpearls. So, hier seht ihr DIA-Tools. Und hier drin... Oh nein! Was? Jetzt hab ich ja gar nichts mehr aus dir. Haha! Du Spacko! Klaus mir einfach meine Sachen! Oh, hier ist ne Eisenachs drin. Hier ist nur Scheiße drin. Oh no... Sooo... Das meinst mal Chary. Hm? So was sagt ein Chary? Warte mal, zeigt die Web nicht auch andere Player an? Ne, ne, sie ist voll verwackt. Außer hab ich sie jetzt, aber ja, äh, hier. Ahhhh. Wow. Ok, kribbel, lass mal scheren. Äh, ja, ich komm wieder hoch. Oh, die klappen mal zu. Mach das Licht aus. Bringt ja so viel. Wahnsinn, ok, äh. Ich hab eigentlich nur ein DIA-Schwert, DIA-Boots und DIA-Legends. Ich hab nur die zwei DIA-Sachen, den Helm und das und dann die ganzen DIA-Tools. Also, Diamantangst, Spitzhandel, Schaufel und Ho. Ah, tsch mal kurz. Wie viel... Wie viele Dingens hast du? Wie viele... Biken? Ja. Äh, sieben. Ich hab auch genau sieben. Ja, das ist gut. Pfff. Jetzt haben die anderen aber die ganzen Chests gelootet, so n' Shit. Ach, Quatsch. Du, wo sie es hat? Hinten weiß ich. Hier, rechts, rechts, rechts sind Kisten. Überall immer Bäume. Ok, und ich geh zu der kleinen Stadt hier. Oh, gut. Ha! I have an iron sword prepared to die. Wo kann man denn hier noch mal auf die Ball hin? Ah, hier hinten unsere Kiste. Einfach alles, Louis. Na, alles weg, nee. Chain Leggings Enderpearls auch geil. Ich hab voll die Enderpearls am Stösser, ey. Ich hab drei Stück. Ich hab neun. Die Häuser hier sind alle noch nicht looted. Ne, nein, nein. Iron Leggings. Brauchst du Chain Leggings? Ich hab Iron Leggings. Also ich hab... Äh... Chain Leggings übrig. Und da hab ich Gold Leggings, aber... Das ändert sich nicht mal hier, wenn ich in diese Kiste guck. Chain Helmet. Nice. Und da drin... NOCHMAL 8 Enderpearls. Alter! Krass, Mann. Ich bin auf dem Peewild's Looting Trip, Alter. Stone Sword. Sorry, jetzt aber hier wohl ich jetzt auch bebäume. Alter, eskaliert das hier? Das ist nur so krass. Wow. Titan ist die eine Kiste. Eisenschwert. Nice, nice. Ist so die Frage, sind die dir tun? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. So erstmal... Ne, ich bräuchte auf jeden Fall... Ich kann dir auch Iron Leggings geben. Ich hab mit Diamond Leggings. Nice, nice. Scheiß Set. Ich brauch einfach ein gutes Chestplate. Was, irgendwie ein Chestplate? Äh... Gold? Ja. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur ein kackiges Scheiß-Jestplate. Und Endlos Food, Alter. Ich hab so viel Food, ne? So viel? Pff... Nice. Ohne Scheiß Todesmäßig viel Food. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich hab nur noch irgendwo eine Kiste sein. Ich erinnere mich an ganz viele Kisten hier in den Bäumen. Dahinten ist du. Ist du. Dahinten ist ich. Ich komme mal zu dir, ne? Obwohl, dass hier keine Falle ist. Da ist er noch ne Kiste. Ich will jetzt irgendjemanden töten, damit ich einen guten Chestblatt bekomme. Oh, Deathmatch. Kann gleich beginnen. Da muss ich jetzt ganz schnell was essen. Ich habe auch Rasi gemacht. Aber ich habe keinen Bogen, fuck. Ich habe einen Bogen. Mach auf. Komm schnell her, ich mache auch einen Testblade. Ich habe den Gold Chestblade. Und Goldhelm. Goldhelm brauche ich nicht. Hast du nicht noch Eisen-Leggings für mich? Ja. Danke. Helm brauchst du nicht? Nö. Ich brauche den Bogen. Hoffentlich gewinnen wir. Ach, natürlich. Ich habe 3 Ender Pearls. Ich habe 17 Ender Pearls. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Nein, ich habe gerade nur eine Kiste gesehen. Oh. Durchgel. Überraschung. Er ist trabisch. Es geht ab. Okay, dann geh ich rein. Oh, fuck. Hatte der überhaupt ne Waffe oder so? Der hat ne Angel gehabt. Warte mal, ich muss mir auf jeden Fall den Bogen holen. Von dem Typen hier. Ah, jetzt hab ich die übelsten Jumper gehabt, ey. Oh, shit, Alter. Der Typ hat ja gar keinen Bogen. Kacke. Komm schon. Der stirbt vorrecke, dai. Ich hab keine Pfeile mehr, Kacke. Warte mal. Hey, man kann hier drin nicht enderpearln. Ja, natürlich. Nein. Tatsächlich. Wo ist der denn hin? Verdammt. Wo? Ja. Okay, wir scheren jetzt alles so, dass es gerecht ist. Ich hab nen Emerald-Ore-Block und nen Iron-Ore-Block. Okay, wie viele Balken hast du, wenn dich jetzt so voller Auslust ist? Acht. Wie viele Kips insgesamt? Zehn. Oh, dann hab ich neun. Hast du den Helm, den Dia-Helm aufgezogen? Äh. Du hast noch den Chain-Helm auf. Ja. Hinter dir liegt ein Dia-Helm. Oh, hier liegt auch ein Boden. Ah, ein Boden. Alles so. Jetzt sammelt's alles auf, außer dem Helm. Jetzt hab ich 8,5. Oh. Was hab ich? Hab ich nen Chessplate für dich auch nicht? Dann zieh mal anstatt den Iron-Leggings... Ne, du hast die Iron-Leggings. Dann zieh anstatt den Chain-Boots Gold-Boots an. Äh, das hab ich gerade gemacht. Ich hab nicht gerade meine Gold-Boots durch Chain-Boots ausgetauscht. Und das hat keinen Unterschied gemacht. Ich kann meinen Dia-Helm durch nen Chain-Helm... Dann zieh Leather-Boots an. Dann zieh Leather-Boots an. Nein, ich hab keine Leather-Boots, aber nein ich hab noch meinen Helm ausgetauscht, das geht. Also warte... Was jetzt noch was ist... Ich glaub wir sollt noch eben Essen, ne, Essen brauch ich nicht. Warte. Scheiß Rennbuck. Boah, du hast ein Kack-Dia-Schwert, Mann. Hat nichts zu bedeuten, ich hab dich letztens mit Eisenschwert abgezogen, obwohl du ein Dia-Schwert hattest. Ja, weil du hattest ja auch Full-Diamond-Rüstung. Und ich nicht. Boah, wie knapp das ist! Kacke! Kacke! Tch-tch-tch-tch! Ah! 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 Der Diamant-Ring! Und jetzt wird's gekickt, ne? Ja! Kicked! Restarting the server! Ah! Was ist dein Erlebnis? Na ja! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ciao!